Jo Leute, es kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal, hier in den Gang. Gerade habe ich das Video schon mal angefangen. Ich bin... Ich bin psychisch am Ende. Das ist mein drittes Video. Mein drittes! Das erste Video war... eine Reaktion auf Hilf mir. Aber das wurde gesperrt, das Video. Da musste ich ein anderes Video machen auf die Schnelle. Und das war Minecraft. Und da hat es nicht aufgenommen. 20 Minuten für nichts. Und dann nehme ich jetzt das da auf. Und dann ist sie verbuggt. Ich bin psychisch am Ende. Das ist mein vierter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lasche ich meinen YouTube-Kanal. Und deswegen spiele ich hier Slitter.io, weil mir sonst nicht eingefallen ist. Und für Minecraft mir gerade die Motivation fehlt einfach. Zack, er ist zum Kill. schon gemacht. So, zack. Profi-Player ist da. Übrigens könnte ich auch gerne meinen TikTok aufschicken. Habe ich jetzt einen neuen Kanal? Ähm, ja. Äh, habe ich jetzt einen Account. Hat in zwei Wochen schon 300 Follower, Abonnenten. Megageil, freut mich extrem. Kann ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ach, Kacke. Kann ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Äh, ja. Übrigens, ich kann jetzt endlich, habe jetzt sowas am Kanal gemacht. Habe ich jetzt am, äh, Computer, habe ich jetzt was gemacht. Sonst habe ich ja, war ich ja kompletter Handy-YouTuber. Jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich, äh, verändere ich auch meinen, äh, Kanal auch per Computer. Uh. Oh, diesen roten, den fetten roten. Der McDonald's. Ach, Kacke. Wie kann ich denn da sterben? Okay. Ich sehe es ein. Ich sehe ein. Ich, ich habe es nicht. Gut. Ich war nicht gut. Ähm, ja. Oh, nee. Ich dachte, der wäre dumm. Oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, mein Gott. Stopp. Stopp. Ah. Das ist doch bloß. Äh, ja. Mhm. Weiter. Nächste Runde. Deswegen kann ich jetzt auch diese, oh, mein Gott, rechts oben beim I. Oh, ah. Rechts oben beim I kann ich jetzt auch, äh, Umfragen einblenden. Freut mich wie egal. Ähm. Ja. Werde ich, werde ich machen. Vielleicht habe ich schon gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Form, wie ich das, keine Idee, wie ich das Video machen werde. Ob ich überhaupt schneiden werde. Ja, okay. Ich muss es schneiden, weil ich habe, Oh, nein! Ja, kacke. Heute ist nicht mal dark. Nee, heute ist es wirklich nicht mal dark. Hm. Ich habe auch keinen Bock, wieder eine 40 Minuten lange Folge, die muss ich kriegen. Muss ich kriegen. Ja, 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 ja. Oh, noch einer, noch einer, aber ich möchte jetzt den da, jetzt nochmal zurückziehen und jetzt den da nehmen. Oh, nee. Der hatte mir, der fette Gelber hatte mir gekauft, der McDonalds. Aber den, den sperren wir einfach ein. Warum kommen alle zu mir? Ja, er hat sich sehr überdötet. Danke. Danke, dass du voll losgegangen bist. Oh, nein! Oh, ja, gut. Ich möchte jetzt äußerst vorsichtig agieren. Danke, dass du dich auch selbst umgebracht hast. Oh, der ist gut. Der ping, der nicht pingelt. Das ist nicht pingelt. Oh! Oh! Oh, was mache ich? Was mache ich? Oh! Junge, war das knapp. Oh! Boah, ich muss gerade wirklich aufpassen. Oh, mein Gott, diese Stille gerade. Ich werde, ich glaube, ihr hört gerade Musik, aber ich, ich höre gerade mein Herzschlag. Okay, nicht, ey, nicht wirklich, aber, ja. Wir haben jetzt schon fast 5000, äh, Punkte. Oder 5000 Meter Länge, Zentimeter. auf jeden Fall wieder Slitter.deo, weil ich keine Motivation für was anderes heute hatte. Äh, ja, und ich wollte heute einfach mal wieder ein Video hochladen. Ich hatte einfach Bock. ja, danke. Zack. Jetzt kommen die Fett, ne? Aber wo ist dieser Justin Bieber? Wo ist Justin Bieber oder Queeby? Oh! Oh! Der Grüne. Der hat zu viel gesoffen. Okay. Ich gehe zurück. Ja, ich glaube, der hat wirklich zu viel gesoffen. Okay. Okay. Kann man machen. Was machst du? In diesem gelben da, den würde ich eigentlich auch gerne haben. Oh, ich habe ne Idee. Zack. Oh, ja, den habe ich. Warum singe ich? Boah, der Grüne, der Grüne, der ist es, der ist es. Der würde mich auf 10.000 hochbringen. Komm, komm. Oh, ich habe nicht hingeguckt. Etwas ruhig. Oh, 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 warum drehe ich mich? Der Grüne muss mal ein bisschen fressen. Oh, jetzt ist er tot. Jetzt wird sich der blaue was. Jetzt wird der so fett. Ja, wird der. Jetzt hat der, oh, 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 vielleicht 5000, 5000? Oh, da ist noch etwas, da ist noch was, da ist noch was. Tja, beste. Nein, 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 weh, du tust es nicht. Oh, was mache ich hier? Was mache ich hier? Junge, Junge, oh mein Gott, oh, 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 oh mein Gott, ich möchte halt gerade nicht sterben. in der letzten Folge habe ich irgendwann den Rekord mit 7500 aufgestellt. Die da außen möchte ich auch haben, die sehen auch lecker aus, Äh, nicht kannibal gemeint, ne? Aber, ich riskiere es, Oh! Ist der besoffen? Zu viel gesoffen. Österreicher? Oder Pole? Oh, wie ein besoffener! Oh, ich bin gerade auch besoffen. Oh nein. Ja, okay, wir safen uns, wir safen uns jetzt einfach. Äh, ja, ähm, jetzt haben wir ein paar gefangen. 30.000 würde ich gerne heute erreichen. Dann, dann wäre mein Leben glücklich. Dann würde, da wäre ich glücklich in meinem Leben, nicht, mein Leben wäre glücklich. Äh, ich muss mich kratzen. Ey, wir sind Achter. Und ich möchte wenigstens mal Erster werden. Oder Zweiter. Oh, 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 die töten sich halt alle gegenseitig hier in diesem Kreis. oh, 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 Wenn wir die jetzt alle getötet haben. 519 Leute sind gerade auf dem Server. Und wir sind jetzt 8er. Krass, ne? Aber wir dürfen uns nicht drauf ausruhen, denn die alle hier wollen mich töten. Die alle hassen mich. Jeder mockt mich. Jeder hasst mich. Ich hab keine Freunde. Oh, da ist jemand gestorben in meinem Ring. Oh, 2206 da. Oh mein Gott, wir sind ein Dritter. Ja. Jetzt stirbt du bitte auch noch. Vielleicht wären wir mit dem noch Erster. Wo es gesetzt hat, auch 3000. Kann ich nicht. Nein! Oh, ne. Nicht. Okay, jetzt müssen wir die jetzt alle einkesseln. Etwas langsamer werden. Etwas langsamer werden. Oh, nein. Ich wollte den jetzt eigentlich auch einkesseln. Guck mal, die ganz innen, die merken gar nicht, dass sie eingekesselt wurden. Das finde ich so geil immer. Zwei sind neu. Vier. Ne, fünf. Was laber ich da? Jetzt sind wieder vier. Vier sind neu. Äh, ich reg grad nur unten da, neben dem Rang. Dieser Justin Bieber geht mal richtig ab, ey. Im Gegensatz. Ne, ne, er geht gar nicht ab. Er bekommt kaum Punkte dazu. Voll dumm. Im Gegensatz zu mir ist er eine Lusche. Wir haben jetzt fast schon 30k. Aber nicht auf YouTuber. Ja, meint ihr, wir schaffen heute die 40k? Wenn ja, stimmt mal rechts oben beim i ab. Genau da, wo der Fall grad hin... Oh, dieser Fall grad hin, seit der Weiße. Ähm, denkt ihr, wir schaffen das? Oder ne? Äh, ich mach das einfach so. Ich mach ganz viele, äh, Ks. Also, äh, 40, 30k, 40k bis 100k. Oder 200k. Und dann stimmt ihr ab, wie viele, wie viel K wir bekommen. Hm. Ich liebe diese Umfrage-Funktion. Dass ich die jetzt endlich auch mal machen kann. Oh! Oh! Oh mein Gott, wir sind nicht geschockt. Oh! Und wir sind ganz knapp hinter Justin Bieber. In den Shards. Ganz knapp. Ja! 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 Wir sind der Erste. Aber wir wollen immer nur nicht 30k auf YouTube. Bin ich lustig. Mein Arm tut weh. Ja? 30k? 30k sind easy drin. Easy. Wir haben 30k. Oder? Ja, safe! 30k, Junge! Beste! Äh, wenn das so gut weitergeht, dann könnten wir möglicherweise 40k bekommen. Dieser schwarzer, no Rassismus, kann sich jetzt gerne ein bisschen was davon abnehmen. Wir haben jetzt 31k, Bastian Schweinsteiger. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Zack. Ähm, ein bisschen so drehen. Und jetzt, so. Oh, oh. Oh, das wird was ganz. Und jetzt mal so machen. Och, dieser Typ der Gelder ist auch auf Alkohol-Baseos. Und diese Kleinen. Die Kleinen. Die Kleinen sind es. Die Kleinen. Oh, oh, oh. BVB. Etwas langsamer. Schön. Hä? Wo ist mein Schwanz? Hä? 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 Oh, nein! Nein! Ja, toll. Jetzt ist, glaub ich, voll wenig eingekesselt. Ja, voll schlecht. Da habe ich eingekesselt. Nee, die kessle ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Hä? Hä, wo war denn jetzt gerade unser... Hä, wo war der? Oh nein! Oh nein, wir sind gestorben! Ach... Sie sind gestorben. Toll! Hm, ja. Okay, ich würde sagen, das war's mit der Folge. War zwar eine kurze Folge, vielleicht machen wir nächstes Mal wieder eine Folge. Oder vielleicht wollt ihr von Slither ein Livestream? Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, dann würde ich sagen, bye-bye und schau... Wait, wait, ich experimentiere gerade an meinem Stativ und schau... Lotcher! 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 157 193 2 2 2